Was ist eine Pseudomembranöse Enterocolitis? Pseudomembranöse Enterocolitis ist eine bakterielle Infektion in der Auskleidung des Dickdarms, die häufig durch eine Störung der normalen Darmflora verursacht wird. Es steht im Zusammenhang mit dem Einsatz von Antibiotika und kommt typischerweise in Krankenhäusern vor, wo es sich unter den Patienten ausbreitet. Pseudomembranöse Enterocolitis entzündet den Darm und führt zur Bildung von gliblichen Plaques, die übel riechende, wässrige Durchfälle, Fieber und Bauchkrämpfe vorrufen. Ohne Behandlung kann diese Infektion zur Perforation des Dickdarms führen. Patienten mit Pseudomembranöse Enterocolitis werden oft stark dehydriert, weil sie durch die aereöse Vielflüssigkeit verlieren. Elektrolyte könnten auch aus dem Gleichgewicht geraten und zu Schock führen. In schweren Fällen kann das Fieber gefährlich hohe Werte erreichen, und der Unterleib kann hart werden, wenn der Druck ausgeübt wird. Ärzte geben normalerweise intravenöse Flüssigkeiten in Auftrag, um den Körper in schweren Fällen zu rehydrieren. Menschen mit leichten Anfällen bemerken möglicherweise mehrere Tage lang losen Stuhl und nur wenige andere Symptome. Die Pseudomembranöse Enterocolitis steht im Zusammenhang mit Clostridium difficile, einem sporenbildenden Bakterium, das bei normalen Dickdarmbedingungen blüht. Die Verwendung von Antibiotika kann gesunde Bakterien zerstören, die die Produktion von Clostridium difficile regulieren. Dieses Bakterium produziert Toxine, die an Schleimhäuten im Darm anhaften. In chronischen Fällen können die Toxine in das Darmgewebe eindringen und zum Tod führen. Krankenhauspatienten sind mit einem erhöhten Risiko für die Erkrankung konfrontiert, insbesondere auf Intensivstationen und bei älteren Menschen. Patienten, die eine Bauchoperation benötigen, einschließlich der Geburt des Kaiserschnittes, werden anfälliger für Infektionen. Krebspatienten sind auch dem Risiko einer pseudomembranösen Enterocolitis ausgesetzt, da eine Chemotherapie die Fähigkeit des Körpers zur Abwehr von Infektionen behindern kann. Clostridium difficile Spuren überleben monatelang auf Objekten und können von medizinischem Fachpersonal, das sich nicht die Hände wäscht, an Patienten weitergegeben werden. Die Behandlung der Krankheit erfordert in der Regel die Umstellung auf ein anderes Antibiotikum und die Verschreibung antimikrobieller Medikamente. Die Verwendung von Arzneimitteln gegen Durchfall wird nicht empfohlen, da sie die Störung verlängern und Darmschäden verursachen können. In extremen Fällen kann eine Operation zur Resektion des infizierten Darms erforderlich sein, um das Leben eines Patienten zu retten. Wenn die Gefahr einer Perforation des Dickdarms besteht, ist eine Kolostomie eine Behandlungsoption. Zu den Präventionsstrategien gehört der eingeschränkte Einsatz von Antibiotika, um zu vermeiden, dass gesunde Bakterien im Dickdarm gestört werden. Krankenhausarbeiter, die sich häufig die Hände waschen und bei der Untersuchung von Patienten Handschuhe ertragen, können die Ausbreitung der Krankheit verhindern, insbesondere nach Kontakt mit körperlichen Sekreten. Einige Krankenhäuser isolieren Patienten mit Pseudomembranüse und R-Oculitis von denen, die anfällig für Infektionen sind. Gegenstände und Instrumente, die infektiöse Spuren enthalten, sollten nach Gebrauch sterilisiert werden.